Das Leben bleibt eine Baustelle, gerade jetzt. Wir feiern einmal einen Gottesdienst dazu, am nächsten Sonntag, 5. Juli. Wir machen das dann auch in einem Bau, der mit dem zu tun hat, weil wir dort gut singen können. Wer uns helfen will, kann einen eigenen Stuhl mitbringen, sind wir dankbar dafür, für die andere Sorge. Wie man dort herkommt, Bahnhofstrasse links, bei der Adventkirche vorbei, dann ist dort unser Parkplatz bei der Bühling AG, Kantine. Dort hat es dann auch ein WC, das wir dann nutzen können. Und gerade noch ein paar Meter weiter gelaufen, ist man dann schon bei Hedinger Bau und schon sehen wir dort die Gottesdienst, die Halle vom nächsten Sonntag, aber geschützt. und mit dem Blick ins Gericht. Ich freue mich drauf, ich mache Predigt. Unsere Kirchenmusikerin Pia Fuchs wird wieder spielen, am E-Piano leider nur, aber doch. Und Katja Christowitsch wird singen. Hinterher gibt es dann ein Aparo, das könnte der Aparo-Tisch werden. Und am Schluss hättest du noch ein kleines Konzert mit der Große, hier, die Halle im Berat. Herzlich Willkommen, verpasst es nicht für die Sicherung. Bis am Sonntag. Aparo! 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 Untertitelung des ZDF, 2020